ja willkommen mein name ist an die welt und ich begrüße euch zurück zuletzt blacking nummer zwei pfeile mix in der letzten folge haben wir dingen das visa noch macht mir haben wir noch mal erledigt wo ich habe jetzt von der blackout 64 meine güte das erledigt und ja ich habe mich entschieden wir versuchen mal dem x auch wenn ich sehr schlechtes ein sehr schlechtes gefühl und sehr schlechte erinnerungen mit diesem kampf hat mich mich immer ich habe mich immer in die antiform verwandelt und ja mal schauen wie ich das jetzt hier schaffe übrigens was ich dabei kann ja mein aber ein kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen sagen wir das hinter uns gehen wir in den kampf ein schau oder alle beiden formbus reingepackt damit die form auch länger hält und ja ich werde mich mal in die weise von verwandeln weil das müsste man machen am besten mehr am besten durchzukommen und seine der tut jetzt erstmal weil sie nicht eine stunde lang seine doppelgänger ja rufen und ja am besten gehen die eigentlich mit den formen ja weg mit feuer haben so mobiles feuer halt jetzt versuchen wir mal und in die weisen form zu gehen antiform das passiert jetzt jedes mal jedes mal wird da passieren es sieht zwar im moment machbar aus aber es ist nicht machbar ich weiß es auch irgendwie zufällig so was für gegner kommen wie viele ich bin mir nicht so sicher dass jetzt noch machbar aus was machst du da 30 sekunden habe ich jetzt wieder für 70 solchen dat schaffen er ist nicht das wird jetzt die ganze zeit passieren die ganze zeit wird da passieren egal wie oft ich war ich verstehe bis heute nicht wieso ich den kampf verliere weil ich den seine blöden dingen ziemlich kaputt haue und ich kann das jetzt so oft versuchen wie ich will ich kann es so oft versuchen wie ich will ich werde mich immerhin die antiform verwandeln jedes einzelne mal und da haben wir ein problem deswegen muss ich hier mal die über form versuchen ich war ich meine bei der ersatz nicht so wahrscheinlich dass man die antiform wechselt das ist gut da gucken wir mal ich kann mich jetzt so oft in die weisen form verwandeln möglich es wird nicht funktionieren so über form wie hat funktioniert gut da muss ich hier feuer einsetzen da habe ich krieg so mp stimmt aber mir gehen allerdings aufmerkt gerade ja ich muss halt versuchen aber will ich verarschen einer hat noch gefehlt neue strategie auch sterntreue eine form länger anhalten zu lassen ja deswegen bin ich demnächst am nervigsten die auf unter den datacarakteren dann haben wir euch die ganz noch irgendwann glaube ich ich weiß nicht mehr was nicht sicher wo minus weiß ich nicht überlegen hat etwa euch noch blöde ist wenn ich jetzt wieder rein und raus gehe als wir neu einstellen das denke ich noch mal raus wenn ich jetzt als ender und den kampf wieder verlieren wird wieder alles so wie es hättet vor ich hier also die änderung vorgenommen und das nervig soja demnächst einer nervigsten von allen sternen treu habe ich jetzt mein gott ist das ding winzig im vergleich zu ultimarko richter waren ja man sieht ich verwandle mich in die anti form sobald ich die weisen form haben will es funktioniert ab nicht und ich weiß man muss irgendwie sich irgendwie weiß nicht öfter in die überform verwalten dann wird irgendwie der mit irgendwie reset hat man sich in die antiform verwandelt habe ich alles schon gemacht ich habe irgendwie weil nicht zehn kämpfe lang irgendwie sachen gemacht die normalerweise die wahrscheinlichkeit verringern dass man sich in die form verwandelt war alles nichts funktioniert ich habe mich immer in die antiform verwandelt egal ob ich jetzt versucht habe aber problem ist die form hält nicht so lange an das ist das letzte mal der hat macht ja ich habe verloren spieler ja ich bin doof noch mal jetzt habe ich jetzt habe ich drin man sollte sich nicht in den ersten die ersten 13 wir auftauchen direkt verwandeln ja sterntreue die ersten 13 ich glaube sogar die danach schafft man so erst in 13 schafft man auf jeden fall mit so und co später einsetzen ich bin da oben die rot noch mal ganze der kampf kann ein bisschen länger dauern allein wegen dem anfang der anfang ist eigentlich das schwierigste in dem ganzen kam nein ich darf ein magnet war ernsthaft war ernsthaft alter wie viel halten die aus ich glaube schon die 13 hier nicht da muss ich mir sehen mit den schummeln so wenn man nämlich start drückt wird die form geladen und start und dann aber ich halt nicht gemacht hätte dann hätte ich ein paar sekunden irgendwie verloren aber wieder nicht aber vielleicht schon wieder nicht das ist das schwierigste wieder wasser wird nicht durchdonner erledigt ok ich habe den kampf voll raus war ich hasse diesen kampf dass dieses kampf wie die pest allein nur wegen dem anfang der anfang ist hat einzige was schwierig ist in dem kampf da ist so hat von bescheuert gemacht alter ja dann mit dem item stopp die band verbraucht die items werden verbraucht glaube ich glaube ich bin mega okay nachdenken die dinge ist vielleicht was bringen also ich muss alles mal ausprobieren diskursionen und magneten ausprobieren also nerviger kampf hier ja das wusste ich ja schon ich will ihn hinter mich bringen ich will mir nicht dem x ja als letzten gegner hier aufspannen dem x mal ehrlich verstehe immer noch nicht wieso man verliert nur wenn man den seine idioten und dann nicht erledigt hat das klappt sogar meine gut das klappt sogar was habe ich nicht jetzt kommen schon die 75 die Zahlen die kann sich auch irgendwie ja umdrehen glaube ich die reihenfolge wann die 75 kommen na gut die magnetwelle klappt noch kombo minus am besten so jetzt bist du dran na warte warte ich habe explosionen all den geilen zeug hier der restliche kampf der ist ein absolutes kinderspiel auch ohne ultima ich mache am besten so als ich die dinge hier noch übrig habe wenn ich die überformen zur not noch ausgestattet habe es dauert zwar jetzt lange da ich nur sterntreu ausgestattet aber was soll es ich kann dich nicht besiegen weil ich deine blöden clowns hier nicht erledige weil mir steht direkt vor einem aber man kann ihn nicht besiegen weil er seine wasserdoppeldinger nicht geschafft hat wie bescheuert ist das eigentlich ich weiß dass wir das geht ja wie wenig die mich eben noch abziehen ja ein stern toll kann doch nicht so ein ich so ein unterschied sein bestes kampf ist ein absolutes kinderspiel ja ich doch weil ich werde die ganze zeit getroffen hat macht ja kein schaden sowas von genervt von dir weißt du eigentlich jetzt kann man noch keine einzige situationskommando ja ich heile euch doch schon den 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 wo hatten wir gar nicht im original kampf glaube ich den 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 weil die der im der der 1 Oh, bis der Speck. Genau nicht. Off. Das war's jetzt. Was? Immer noch weiter. Nein, das wollte ich gar nicht machen. Oh mein Gott, das ist jetzt nicht wahr. Oh, das ist jetzt so bitter. Ich bin aus Versehen, warum war der denn schon bei der Dingens, ey? Aber ich kann da laut von schaffen. Oh, bitte, nein. 13, okay, das schaffe ich. Mach ich dich wieder mit der Anti-Form platt? Nein, jetzt kommen 75, ne? 99, wat? Das schaffe ich nicht. Ich will sie mich verarschen? Boah, nur weil ich einmal abgerutscht bin, will sie mich eigentlich verarschen? Boah, ey. Das ist sowas von nicht wahr. Das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Du bist besiegt. Ich hab dich doch besiegt, ey. Boah, ey. Dieser blöde Sack. Oh, ey. Junge. Oh. Na, warte, ey. Dich hau ich... Mit einer ganz besonderen Strategie jetzt hier platt. Wo bist du hier? Magnetwelle. Explosionen nicht. Gut. Obwohl, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. So. So, das mache ich nur Abschlussangriff. So, na, warte jetzt. Boah, jetzt kriegst du auf die Fresse. Jetzt, boah. Jetzt bin ich angeheizt, ey. Du kriegst jetzt auf die Fresse. Hey. Blöder Sackgericht von einem... Organisation mit Sklid, ey. Ich hoffe, der Einzige, der ist hier, schafft mich hier über 20 Minuten zu bringen. Na, warte. Ich hau ich so weit runter. Oh. So, mach mal das. Und ich sag an, hier ist mal 5 erledigt. Ich sag an, ich bin der Einzige, der bisher auf diese Strategie gekommen ist. Oh. So. 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 Ja, das ist ein bisschen schwierig werden, bis ich zu ihnen hinkomme. Simple, clean as well! So, hallo, hier bin ich! Au! Fein, ich habe nur Abschlussangaben. Aber wie soll ich denn das haben? Haha, nur Abschlussangaben. Hergeblieben. Mein Gott, zieht das wenig ab. Jetzt weiß ich auch, was am Ende nochmal kommt, ey. Aber hier habe ich auch nicht gerechnet. Boah. Du, ey. Ey, ich hab, wo ist mein Dings? Dieser eine Angriff. Ja, Luftschlitzer. Ich hab ihn aus. Ich hab ihn aus. Danke, Donald. Ich hab ihn aus. Das kann ich meine, ich mach mich hier in der Luft. Aber er geht auch so kaputt. Boah, wie er kaputt geht. Ich bin nicht froh, wenn er kaputt ist. Vielleicht sag ich noch mal gegen ihn kämpfen werde. Ich hab ihn nicht gerettet. Ich hab ihn nicht gegengestellt. Aber ja, verdammt, ey. Ich sag eigentlich, wie schwer es ist hier nur mit Abschlussangriffen zu kämpfen. Ich hab ihn gar nicht gefasst. Manchmal ist es ein Schaden, wollte noch nicht mal. Die machen leider nicht so viele Schaden, die wir eigentlich sollten. Und das liegt daran, je mehr Kombos man macht, dass ich ja gar kein Kombo mache, und die nur so wenig abziehen. Ich bin mir nicht froh, wenn wir den fertig haben. Hat der originale Mensch auch irgendwie völlig Probleme gegeben? Ich weiß gar nicht mehr. Oh, ich dachte, ich bin der Job ohne hat der. Ach das? Komm her, Pfuff! Komm her, Pfuff! Komm her, Pfuff! Komm her, Pfuff! Ich glaub ja, ne. Wollen wir trotzdem die überformen. Oh, naja. Das kommt gleich 990, ne? Stimmt ja, oder? Das kommt gleich 990, ne? Stimmt ja, oder? Oha. Das kommt gleich 990, ne? Das wird auf jeden Fall machbar sein. Ja, oh oh. Boah. Eine übergezogen. Ausgezeichnet. Boah, der war nicht gut. Für meine Gesundheit und für meine Nerven. Was ja unter Gesundheit fehlt. Oh. Das war jetzt der fünfte Mitglied, ne? Tschüss, auf Nimmerwiedersehen. Was interessst du? Abilitamin, da brauch ich nicht, zum Glück. Also weil ich gegen dich nie mal wir kämpfen. Weil ich kein Abilitamin brauche. Ich brauch es nicht. Also brauch ich dich auch nicht. Boah. Boah. 1, 2, 3, 4, 5, 100. Gut. Bleiben noch 8. Boah. Ja. Es geht schnell und langsam. Zur gleichen Zeit. Gut. Nicht sagen, nach diesen Nerven aufreibenden Kampf mach ich auch für heute. Feierabend. Und, ja. Weiß nicht, wen wir in der nächsten Folge alles platt machen. Den schlimmsten war eigentlich schon unter uns, finde ich. Ähm. Ich tue mich dann mal nicht. Eine Woche lang irgendwie nervenmäßig auf irgendwelche anderen hier vorbereiten. Und, ja. Wenn euch noch bald gefallen hat, könnt ihr ja einen Kommentar, ein Like, ein Abo oder irgendwas anderes hinterlassen. Und, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Black King of Man 2 Final Mist. Ich bedanke mich aller herzlich für zu schauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.